Servus und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Manuel, er liegt vom Kanal Erlebnisse nicht noch einstehen. Zug aus heute Zug Einfahrt, Zug aus heute in Ecker-Hörgel. Er ist so ein 70 nach Flänkspoor. R.B. R.I.O.N. 70 nach Kiel Hauptbahnhof und hier eine Zug Einfahrt. R.B. R.I.O.N. 73 und Kiel Hauptbahnhof, Entersohn, hier in Ecker-Hörgel. Beginne ich eingeigen. R.I.O.N. 70 nach Kiel Hauptbahnhof. R.B. R.I.O.N. 70 nach Kiel Hauptbahnhof. R.I.O.N. 70 nach Kiel Hauptbahnhof. R.I.O.N. 70 nach Kiel Hauptbahnhof. R.I.O.N. 70 nach Kiel Und das war's wieder. Wenn ihr noch mehr Video sehen wollt, abonniert ihr den Kanal und abhiert die Glocke. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr den Gaumen nach oben machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen dieses Video von Eger Hörgel. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.